Guten Morgen! Ich wollte kurz erklären, was Spiraldynamik ist. Spiraldynamik ist Körperspannung und Aufrichtung von innen hoch. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch mit vielen verschiedenen Übungen an verschiedenen Samstagmorgen. Im Ganzen habe ich vier Tools. Die vier Tools sind aufbauend. Wir fangen mit dem Becken, Stamm, Kopf an, Hände, Schulter, Arm und Hand, machen dann Füße und Beine und am Schluss das Gesamtkonzept, wo der Ganzkörper in der Ganzkörperkoordination unterwegs ist. Was bringt dir Spiraldynamik überhaupt? Es bringt dir ein gewisses Know-how an Wissen, wie dein Körper funktioniert und du ihn selber gesund erhalten kannst über anatomisch gute Bewegungen. Kurz erklärt ist Spiraldynamik. Wir arbeiten mit den inneren Muskeln, die nahe um die Knochen angebaut sind. Wir sind Kreuzgänger in der Wirbelsäule. Über Zug und Druck können wir Nahrung einbauen. Was ist das Hauptproblem der meisten Menschen? Hauptproblem ist das Nichtwissen. Bandscheiben den ganzen Tag unter Druck. Eine Bandscheibe ist nicht dazu da, den Abstand zwischen den Knochen zu machen, sondern sie ist dazu da, um Schläge aufzufedern, dass die Knochen nicht zusammenkommen. Genau, die Wirbelsäule. Jetzt unter stetigem Druck, Fehlhaltungen, Schwerkraft, keine innere Aktivierung der Basismusmuskeln, habe ich einen Nonstoppen-Druck. Bandscheiben zerfallen. Das heisst, ein Brössmalet wie ein Radiergummi in der Sonne. Eure Bandscheiben gehen kaputt. Bandscheiben Vorfall. Kennt jeder. Oder einfach schrumpfen im Alter. Mir schrumpfen. Jetzt, wenn ich aber weiss, wie ich eine Dynamik herbringe und ich kann jedes Mal meine Bandscheiben auf Zug machen und auf Druck, auf Zug und auf Druck und auf Zug und auf Druck. Über den Zug und nur über den Zug kann der Körper Nährstoff, Energie, Sauerstoff in den Körper einbauen, den der Körper braucht, um die Bandscheiben zu ernähren. Und alles andere rundherum auch. Wenn ich nicht weiss, wie das funktioniert. Wenn ich nur weiss, wie es heisst, ich kann die Bandscheiben brauchen und ich bin immer unter Druck, unter Belastung unterwegs, weiss ich das Know-how nicht. Das Know-how von Druck und Zug in den Bandscheiben in jedem einzelnen Gelenk kann ich dir in diesem 2-Stunden-Workshop ansatzweise informieren. Mit Übungen, die du zu Hause anschauen kannst. Wir können in einer Kleingruppe unterrichten. Maximum 8 Teilnehmer befangen. Den Samstag an und auf meiner Webseite findet ihr alle Kurs unter Spiraldynamik. Und ich würde mich freuen, wenn du dich anmelden würdest. Herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen dynamischen Arbeitstag.